Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Heute wollen wir uns aus dem Bereich Energie damit beschäftigen, was eigentlich ein Energieträger ist. Für dieses Video solltet ihr bereits den Begriff Energie sowie einige verschiedene Energieformen kennen. Wir lernen heute, was ein Energieträger ist, was der Unterschied zwischen Energieträger und Energiequelle ist und was für verschiedene Arten von Energieträgern es gibt. Dann fangen wir mal an, und zwar gleich mit der wichtigsten Frage. Was ist denn nun ein Energieträger eigentlich? Ein Energieträger ist ein Stoff oder, weil ich kein besseres allgemeingültiges Wort habe, ein Ereignis, aus dem Energie gewonnen werden kann. Gleich so viele Anführungszeichen. Was heißt das denn nun konkret? Das sehen wir uns an einem Beispiel an. Wir nehmen auf der linken Seite die Sonne. Die ist, wie wir wissen, heiß. Auf der anderen Seite brauchen wir für unser Beispiel noch mich. Und sagen wir mal, mir ist kalt, weil ich zum Beispiel gerade durch den Regen gelaufen bin. Nun hört der Regen auf und die Sonne kommt wieder heraus. Was passiert dann? Sonnenstrahlen treffen mich und, wie ihr wisst, dann wird einem warm, mir ist also nicht mehr ganz so kalt. Die Sonnenstrahlen haben also ein kleines bisschen der Hitze der Sonne bis zur Erde geschleppt und dort auf mich übertragen. Wir können auch sagen, um unsere Definition oben zu benutzen, Sonnenstrahlen sind ein Energieträger, da ich durch sie Wärmeenergie gewinnen kann. Man verwechselt den Begriff des Energieträgers gerne mit dem der Energiequelle. Und deshalb wollen wir uns im nächsten Kapitel nun diesen Unterschied etwas genauer ansehen. Dieser Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Eine Energiequelle erzeugt die Energie. In unserem Beispiel die Sonne, die große Mengen Wärmeenergie durch Kernfusion erzeugt. Energieträger nennt man dagegen etwas, das diese Energie enthält, damit sie übertragen werden kann. Also in unserem Beispiel von gerade eben die Sonnenstrahlung. In unserem Beispiel ist der Unterschied zwischen beiden ja relativ leicht erkennbar. In manchen Fällen ist es aber nicht so einfach und dann werden die beiden Begriffe gerne vermischt. Wenn ihr euch einfach die beiden Definitionen merkt, solltet ihr auf der sicheren Seite sein. Aber nun wollen wir uns erstmal im letzten Kapitel ansehen, welche Arten von Energieträgern es denn so gibt. Man unterscheidet zwei große Haupttypen, die primären und die sekundären Energieträger. Man unterscheidet die beiden daran, ob sie natürlich vorkommen oder vom Menschen hergestellt sind. Die primären Energieträger sind die, die in der Natur einfach so vorkommen. Ein erstes Beispiel dafür wären die sogenannten fossilen Energieträger. Fossil bedeutet übrigens, dass sie aus lange verstorbenen Lebewesen entstanden sind. Beispiele dafür wären zum Beispiel Kohle, Erdöl und Erdgas. Erdöl zum Beispiel entsteht dadurch, dass sich eine große Menge abgestorbene Kleinstlebewesen im Meer am Grund ablagert und dort über viele hunderttausend bis Millionen Jahre großen Temperaturen und Drücken ausgesetzt wird. Die nächste große Gruppe sind die sogenannten regenerativen Energieträger. Diesen Namen tragen sie, weil sie sich im Gegensatz zu zum Beispiel Erdöl oder Kohle nicht mit der Zeit verbrauchen, sondern ihr Vorrat immer wieder aufgefrischt wird. Den ersten wichtigen Vertreter der regenerativen Energieträger haben wir im Beispiel schon kennengelernt. Es ist die Sonnenstrahlung. Zwei andere wichtige Beispiele sind die Wind- und Wasserkraft, die man beide zur Stromerzeugung benutzen kann. Eine weitere wichtige Kategorie sind die sogenannten nuklearen Energieträger, also radioaktive Stoffe wie zum Beispiel Uran, die man in Atomkraftwerken dazu benutzen kann, große Mengen Strom herzustellen. Es gibt natürlich noch viele andere primäre Energieträger. Ich nenne jetzt nur noch einen, nämlich Nahrung, die man zum Beispiel auf Feldern anbaut. Diese trägt nämlich ebenfalls eine chemische Energie, das ihr in eurem Körper umwandeln könnt, um eure Muskeln zu füttern und damit zum Beispiel zu laufen. Gehen wir weiter zu den sekundären Energieträgern. Diese kommen so in der Natur nicht vor und werden vom Menschen aus den primären Energieträgern durch Umwandlung erzeugt. Vielleicht sogar das wichtigste Beispiel für sekundäre Energieträger sind elektrische Ladungen und Felder. Elektrische Energie ist eine der praktischsten Energieformen überhaupt. Man kann sie relativ verlustfrei in viele andere Energieformen umwandeln und einigermaßen gut lagern. Zum Beispiel in einer Batterie, in der zwei voneinander getrennte elektrische Ladungen dafür sorgen, dass man in einem Stromkreis eine Spannung aufbauen kann. Ein weiteres wichtiges Beispiel für einen sekundären Energieträger sind Treibstoffe, die durch komplizierte Verfahren zum Beispiel aus Erdöl gewonnen werden können, wie Benzin. Es gibt natürlich noch viele Beispiele mehr. Eins will ich noch nennen, weil ihr gerade direkt davor sitzt, nämlich Strahlung. Ihr schaut ja, nehme ich schwer an, gerade auf einen Bildschirm. Natürlich gelten hier alle verschiedenen Strahlungsarten, die man sich so vorstellen kann. Vom Laser, zur Glühbirne bis hin zur Röntgenröhre. Wir wollen nochmal wiederholen, was wir heute gelernt haben. Ein Energieträger beinhaltet eine Energie, die er übertragen kann. Energiequelle nennt man den Vorgang oder das Objekt, in dem die Energie erzeugt wird. Erinnert euch an unser Beispiel? Die Sonne ist zum Beispiel eine Energiequelle für Wärmeenergie. Die Sonnenstrahlung ist ihr Energieträger. Primäre Energieträger nennt man Energieträger, die in der Natur vorkommen. Beispiele dafür wären Kohle, Sonnenstrahlen, Erdöl und so weiter. Und sekundäre Energieträger werden vom Menschen hergestellt. Beispiele hierfür wären zum Beispiel elektrische Ladungen und Felder und Benzin. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Kalle